Sehhoes, habt ihr euch schon mal gefragt, wie der Typ hinter der Figur und dem Namen Crocodile Andy so drauf ist? Wer ist das eigentlich? Und was macht ihr sonst noch so? Jetzt habt ihr die Chance, denn am 30.11.2023 bin ich live in Köln auf der Bühne. Ja, richtig gehört. Ich verlasse hier mein hübsches Kellerstudio und werde für euch auf der Bühne rumhupfen. Und das nicht alleine, denn Lars und ich haben eine Live-Show. Organisiert, uns überlegt und ihr könnt dabei sein. Alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Da unten ist auch der Link drin, mit dem ihr zum Kartenvorverkauf kommt. Damit ihr aber nicht die Katze im Sack kaufen müsst, bekommt ihr von mir so einen kleinen Spoiler. Ich habe schon viele Kommentare gelesen, die gefragt haben, was macht ihr eigentlich in dieser ominösen Live-Show? Und deswegen, kleiner Spoiler, kleiner Spoiler. Also, es gibt verschiedene Interaktionsparts. Interaktionen zwischen Lars und mir, Interaktionen mit euch. Und es gibt natürlich wieder die Parts, in denen Lars und ich euch so einiges berichten und erzählen werden. Und natürlich gehen wir wieder zurück in die Kindheit. Und wer sich erinnert, Lars ist der Typ, der Kindheit, Jugend, wie auch immer mal, eine Knarre am Kopf hatte. Also, der hat schon viel erlebt. Das wird sicher wieder lustig. Und glaubt mir, es sind wieder ein paar Dinge dabei, die ihr noch nicht wusstet. Natürlich sprechen wir dann auch über unsere Jugendsünden und, ähm, ja, natürlich auch über unser besonders reifes Erwachsenenleben. Weil Lars und ich sind ja beide Eltern und besonders reif, wie ihr wisst. Kann man schon mal drüber sprechen. Es gibt noch eine wichtige Sache, wo ich eure Hilfe brauche. Wir haben uns das Ding des Tages überlegt. Ja, Schreibweise, Witz und so, ihr wisst Bescheid. Bringt was mit, was ihr selbst gebastelt habt, gehekelt habt, wie auch immer. Bitte erhaltet die Größe so, dass wir es gut transportieren können, denn wir werden gemeinsam mit euch eines dieser Dinge auswählen und ausloten, nicht losen, auswählen. Und dieses Ding wird uns in Zukunft begleiten, bis es durch irgendwas Cooleres abgelöst wird. Also, wenn Lars und ich noch weitere Live-Shows machen, das Ding des Tages ist dann dabei. Jetzt nochmal alle wichtigen Informationen. Donnerstag, 30. November 2023, in Köln, im Szenenova, Beginn 19.30 Uhr, Show dauert circa zwei Stunden, danach machen wir noch ein nettes Meet & Create, wo ihr euch ein Foto abholen könnt, etc. Und wer mag, der bringt noch irgendwie ein Zehner mit oder so. Wir haben noch ein kleines, nettes Ding, was ihr euch mitnehmen könnt, mit einer Überraschung drin. Ich sag nichts. Und jetzt ist es wichtig, ihr checkt den Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar aus, holt euch euer Ticket, nehmt noch jemanden mit und dann sehen wir uns am 30.11. live in Köln. Ich freu mich. Pfiatzeich!